Wollen wir uns das Video von dem lieben Inscope reinziehen, TikTok-Präsentation. Ich habe gehört, das soll ganz, ganz funny sein. Ich gucke selten Inscope-Videos, weil, ich weiß nicht warum, weil, aber tu ich auf jeden Fall. Aber auf das habe ich gerade Bock, ich weiß nicht warum, ich habe gerade irgendwie so Bock auf so TikTok-Quench. Von daher, Abfahrt und aktiv, rein da. Die nachfolgende Sendung ist nicht für die nachfolgende Sendung geeignet. Guten Morgen, guten Mittag oder auch, guten Nacht. Was geht mit seinen Haaren ab? Er sieht aus wie so ein Spielzeug, was ich früher hatte. Oh, sorry, vergessen zu duschen. Und... Allem Spaß beiseite. Was würde dir eher wählen? Gucci oder Louis? Gucci zeigt mehr, Gucci zeigt mehr, Präsentation und so, aber Louis ist auch heftig. Wow, Alter, wie alt ist er, zwölf? Zeigt mehr, Gucci zeigt mehr, Präsentation und so, aber Louis ist auch heftig. Ah, mit mehr Präsentation. Passt da mal mit den Talenten von Nicole auf. Okay, hier sieht noch alles clean aus. Ich denke mal, er wird gepixelt haben, ne? Ja, komm, wir vertrauen mal, wir vertrauen mal, Nico. Warum? Das zeigt mehr, dass du Gucci-Tricks und so. Ich hab gerade 20 Minuten Video gedreht. Kamera, der weiß nicht, der aufgedeckt. Mach einfach weiter, tu so, als wenn nichts passiert. Mario Nouvembre wieder in absoluter Prachtmontur unterwegs, will mit seiner Schwester, glaube ich, hier einen asozialen Togroser und wir sind gespannt, wie Sack und Hoden auf diesen Brecher. Egal, wie leer eine Flasche ist, es gibt Flaschen, die sind leerer. Genau. Ich hab ja langsam kein Lust mehr drauf. Ich wollte immer schon ein Rapper werden, ich hab aber nie das richtige Tutorial im Internet gefunden. Aber jetzt hatte ich das große Glück, auf TikTok jemanden zu finden, der es mir endlich beibringt. Oh, geil. Oh nein, er meint es auch noch ernst, ne? Oh nein, er meint es ernst. Oh, shit. Ich will rappen, aber weißt nicht, wie man Texte schreibt. Ich zeig dir, wie man Texte schreibt. Okay, nice. Ich bin gespannt. Freunde, ich wollte auch nochmal... Was ist mit meiner Kamera denn heute los? Hallo, Kamera. Danke. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-zeitgeboren. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-speichelproben. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-eidgeschworen. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-eingefroren. Ja, 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 das klingt logisch, das klingt logisch, das klingt logisch. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-tastatur. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-glanzlasur. Ja, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-a-analrasur. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b Mehr Präsentation und so Selten Okay, gut Konnte ich so gut rhymen und vor allem texten im gleichen Moment Da muss ich allerdings sagen, es gibt ein Talent auf TikTok, an das werde ich niemals raptechnisch rankommen Oh, ich bin gespannt, ich bin gespannt Das sehen wir hier Okay, das geht an alle, die auch nicht immer stark sind Manchmal mache ich Sachen, die selber, dass sie stark sind Leute, das ist die beste Rapperin, die ich jemals Ich will dir was zeigen, ich bin mir ganz sicher, dass du es nicht kannst Bitte mach nichts mit deinen Brüsten, danke Ich werde es umdrehen und werde es machen und du guckst einfach nur zu Und wenn es nichts für dich ist, dann score lieber wac... Ich, äh, äh Wie alt war sie? War sie, ist sie 18, Freunde? Ja, sie ist 19, okay Ich muss, glaube ich, weiter Ja, danke dir für deine weitere Alright, so Oh, safe, 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 safe Do you like black guys? Um, not particularly Not particularly? No Have you ever tried one? Again, not particularly Äh, not Patsi- Not Patsi- Kul- Kul- Do you wanna try one? I don't know, are you offering? So you gonna let me taste? I mean Alter, wie sie ihn anflirtet, oh mein Gott, alter What's up, I see a lipstick on your lip Okay Do you like chocolate, no? Okay Mmh, now I do Was? Was war das für ein TikTok gerade? Zum Fick habe ich mir da gerade angeschaut Wie überzeuge ich eigentlich meine Freundin, dass sie mein Sperma schluckt? Oh! Freunde, wollen wir wirklich drinbleiben? Wollen wir wirklich in diesem Video bleiben? Oh, alles Genau, Digga Fiber finden Meinen Apparat Particularly Was ist, wenn er einen Großen hat? Bitte gucken meine Eltern dieses Video nicht Aber ich bin euch ehrlich Ich würde es schon richtig geil finden, wenn er einen Großen hat Das hört sich jetzt so cringe an Aber ich finde halt auch Man kann es viel besser irgendwie so in der Hand halten Also wisst ihr Deswegen fand ich es auch viel chilliger Wenn er einen großen Regenschirm hat Dann will man auch viel weniger nass Ja 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 Genau Absolut Nee Und ich dachte tatsächlich die ganze Zeit Es handelt sich hierbei um einen großen Handwerkskasten, ja Das nervt doch I just wanted to see, okay Diky M, please Ja 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 Ich weiß nicht, ob wir das weiter zeigen können Mom Freude Eine sehr, sehr interessante Frage Da waren gerade noch bei ihr andere Dinge zu sehen Ja 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 Es hat auf jeden Fall keinen Claim. Es kann gut sein, dass es monetarisiert ist. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, YouTube. Ciao.